Meine Fresse noch mal, ey. Das, was ich aber auch nicht teleportieren kann, weißt du, man kann... Hä? Was war da? Das verstehe ich nicht, warum man sich nicht teleportieren kann. Ich probiere es jetzt noch mal. Aber diesmal teleportiere ich mich nicht da hinten hinne, sondern... Currently unavailable. Warum? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum der Teleport gerade nicht verfügbar ist. Wo muss ich denn überhaupt lang? Geradeaus, dann links oder wieder rechts? Ach, komm schon. Na ja, egal. Da ich ja sowieso da drüben rein muss... Muss ich da rein? Ja. Ich verstehe nicht, warum die, äh, Schnellreise nicht verfügbar ist. Hä? Wie jetzt? Oh, ups. Entschuldigung, ich muss mal weg. Ich hab den Eingang hier vergessen. Weil, was wollt ihr von mir? Ja, ist mir auch klar tot. So. Da drüben ist der. Ja, da oben ist auch so'n Ding, aber das bringt uns jetzt herzlich wenig. Ich hab den Coin nicht, tut mir leid. Wobei, die Kinderfanks, die benutze ich sowieso nicht. Von daher. So, da ich die sowieso auch nicht benutze. Dann kann ich die auch verkaufen. Zack. Zack. Nein, 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 nein. So. So. Jetzt haben wir den Schlüssel gekriegt, endlich. Und ich kann mir... ...die Kiste geholt. Yay! Neu setzten. Ja. Hundertprozentig, die Schnellreise ist immer noch nicht verfügbar. Wenn... Ich versteh das einfach nicht. Ohne Scheiß. Ich rall das grad nicht, warum die Schnellreise wieder mal nicht verfügbar ist. Aber egal. Da reiten wir halt eben. Haben wir ne Reitstunde heute. Naja, egal. Dann reiten wir den ganzen Weg wieder da rein und zurück. Und äh... Joa. Das will ich fragen, wo muss ich jetzt nochmal lang? Ich glaub da geradeaus, ne? Ja. Naja. Das ist jetzt so die Frage, rechts, links? Ich weiß gar nicht mehr, wie der Weg hier war. Oh, naja. Rechts. So. Äh. Aber dass die Schnellreise immer noch nicht verfügbar ist, versteh ich immer noch nicht. Aber egal. Hey, egal. Naja. Wo musste ich denn jetzt lang? Ah, ich musste runter? Okay. Ja, würdest du mal bitte... Warte, welchen Weg jetzt genau? Oh, super. Finde ich total toll, dass ich überhaupt gar keine Wegfindung habe hier. Ja. Bleibst du an so einem abgekackten Baum kleben, weißt du? Und im Endeffekt wäre es egal gewesen, ob ich jetzt links oder rechts gegangen wäre. Na, egal. Ah. Einen Moment mal bitte. So, da bin ich auch schon wieder. Ah, da hat mich gerade kurz was genervt. Ja. Wie zum Beispiel auch diesen Ladebildschirm. Aber egal. Äh. Diese Schnellreise, dass die nicht funktioniert, Alter. Das ist doch einfach nur... Ah, da. So, wir haben ja sowieso dieses... Dinge. Warum habe ich eigentlich die Kiste da oben nicht eigentlich abgeholt? Das verstehe ich gerade nicht. Oh ja, wenn wir sowieso gerade hier sind, können wir auch die Kiste mal hin. Scheiße. So. Oh, komm. So. Ach, schade. Ich dachte, jetzt kriege ich ein Level ab. Äh. Kriege ich nicht. Das dauert aber echt noch, bis ich das Level abkriege. So. Aber man sieht auch hier schon schön, dass der ganze Gegend, äh, also, äh, das Reich hier zerfällt. So langsam war man sicher. Wenn man so bedenkt, äh, das, äh... Okay, das wäre jetzt Spoiler. Aber ist auch egal. Wir sollen ja sowieso nur aufräumen hinter, äh, Krieg. Von daher... Darksiders soll ja angeblich jetzt auch, äh, noch in der Entwicklung sein, so wie ich sehe. Also Darksiders 3 wohl bemerkt. Äh, ich weiß nicht genau, wie weit die jetzt sind mittlerweile. Äh, ich weiß nur, dass die halt eben jetzt, äh, den Titel noch nicht aufgegeben haben. Äh, ich weiß gar nicht. Ich meinte, ein Kollege von mir meinte mir gesagt zu haben, dass, äh, Wut angeblich jetzt als erstes kommt. Und, äh, dass sie da die Einzel-Stories jetzt weitermachen, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall wäre es extrem hammergeil, wenn sie die Stories einzeln weiterführen, statt, äh, dass sie da jetzt sagen, ja, komm, wir machen jetzt ne... Ja, ist ja gut. Äh, anstatt, dass sie da jetzt sagen, ja, komm, wir machen jetzt ne Viererkampagne mit allen vier. Das wäre einerseits storytechnisch total fail, weil, äh, also zum Teil zumindest, weil, äh, Tod ist ja eigentlich, äh, nee, nicht Tod, Krieg ist ja eigentlich, äh, wie heißt es, doch, äh, eingesperrt. In gewisser Weise. Wegen seinem Punishman. Punishman, Entschuldigung. Falsch ausgesprochen. Und, äh, in der Hinsicht, die sind ja alle gleichzeitig gelandet, so. Ähm, Tod, äh, spielt ja zu der Zeit im Prinzip, wo, äh, Tod ja im Prinzip hinter Krieg aufräumt. So. Das ist ja alles so, äh, dann im Prinzip am Lauf. Dann würde ich aber, ja gut, das würde in der Viererkampagne, jetzt, wo ich so ein bisschen überlege, würde das auch klappen. Aber trotzdem, fände ich, sollten sie da weitermachen, wo sie aufgehört hatten. Und zwar, dass sie die Einzelstorykampagne machen im Prinzip. Klar ist ein Coop hier und da immer wieder toll, gebe ich zu. Coop ist immer gut. Aber, äh, wow, ich hab nette Bugs. Ähm, aber, wie gesagt, ich finde, wie gesagt, wenn sie schon das soweit gemacht haben, dann sollten sie auch, wie gesagt, die Singleplayer-Story dann so machen. Der Coop könnte sie ja immer noch rein theoretisch hinzufügen. Aber, ähm, das sollte dann erst dann gemacht werden, wenn, ähm, die Storys alle durch sind. Finde ich. Okay, hier fehlt mir das Ding, ich muss nach da lang. Ich weiß ja nicht, was sagt ihr dazu, Darkshaast 3? Ich fände ja, ah, hier. Hier gab's ja neue Klauen. So. Jetzt haben wir die. Hä, war das nicht hier der große Raum? Ich meine schon, ne? Äh, ja. Okay, ich brauch den Soul-Splitter erstmal. Allein schon, um das Ding hier zu betätigen. Da. Okay. Da brauch ich halt mal Death-Grip. So. Zack. So, jetzt kann ich das rausholen, das war hier mal eben kurz, wartet mal. So, jetzt kann ich mir nämlich... Das Ding sieht aus wie diese Kugel, die wir gekriegt haben. Also das dann runter. Äh, aber doch gut, ist ja auch egal. Ähm. Wir stellen das Ding mal vor die Tür. So, jetzt muss ich nämlich den Soul-Splitter wieder ausmachen. Äh, nein, du sollst da oben drauf bleiben. So, damit ich den Soul-Splitter wieder ausmachen kann. Damit ich den da machen kann. Damit ich das da machen kann. So, jetzt darf ich den ganzen Soul-Splitter nochmal anmachen. Das ist so epic einfach nur. So. Wie oft ich den Soul-Splitter mittlerweile benutzen muss, ne? Das ist ja unglaublich. Auch kriege ich eigentlich so viele schlechte Sachen? Wenn ich mal fragen darf. Das ist doch einfach nur. Scheiße, das ist so viel schlechte Sachen, kriege ich. Na gut, kann ich ja... Wow. Immer mit der Ruhe, mein Freund. Yes. Sehr schön. Skill-Punkte werde ich später vergeben, weil ich hab nämlich noch, äh, so ein anderes Teil. Geht's denn hier lang? Ich will da jetzt nicht unnötig einfach runtergehen. Ich könnte da runtergehen, ich weiß. Aber doch gut, ist ja auch egal. So, ich hol mir doch eben die Kiste. Ach, ich muss sogar noch runter. Gut. So. Dann würde ich einfach mal sagen, ähm, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und, äh, bis dahin würde ich einfach mal sagen, äh, ach komm. Gieß der Rad? Komm. Die Tür mach ich doch auf. Beziehungsweise den Schlüssel hole ich mir bei doch. Weil dann speichert er ab. So. So, naja. Wie gesagt, äh, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal wieder. Bis dahin will ich einfach mal sagen. Ciao. 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 Vielen Dank.